Wir wollen das Leben für unsere Kunden besser machen. Der FIA braucht Stop-Beratung und Vertrauen. In einem erfolgreichen österreichischen Formulenbetrieb den Czallon gibt. Der für die Zukunft bereit ist und bei dem ich meinen Weg machen kann. Entschuldigung, du hast sowas Positives. Wo kriege ich denn das her? Ganz leicht, bewirbte Behatler.